Hey Johannes hier von NewGadgets.de und das hier ist das neue Samsung Galaxy Z Fold 2 5G und das werden wir jetzt gemeinsam in diesem Video auspacken. So, jetzt haben wir hier die Verpackung des Samsung Galaxy Z Fold 2 5G und ja, das erste, was man hier natürlich sieht, ist ein Z und Z steht hier bei Samsung jetzt seit Einführung des Galaxy Z Flip für die faltbaren Smartphones, also die Smartphones mit einem faltbaren Display. Angefangen eben mit dem Z Flip und jetzt mit dem Z Fold 2. Die Verpackung ist doch recht schlicht gehalten. Wir haben eben nur das Z hier vorne, dann Z Fold 2 5G an der Front und an der Seite nochmal ausgeschrieben Samsung Galaxy Z Fold 2 5G und wir haben hier eine Umverpackung. Ihr seht schon, das Z hat sich hier aus diesem Muster, diesem Bild zusammengesetzt, das so ein bisschen schmetterlingsartig ist und wie man hier an der Packung schon erkennen kann, können wir es einfach hier so aufklappen. Zuerst einmal haben wir hier eine Welcome Note, Change the Shape of the Future und was steht hier? Introducing Galaxy Z Fold 2 5G, reimagining the possibilities of the smartphone experience. Okay, alles klar, das könnt ihr euch dann natürlich durchlesen, wenn ihr das Phone habt. Wir haben hier eine Zubehörbox, da ist aber nicht wirklich viel drin. Wir haben hier einfach nur ein paar Handbücher und das SIM-Card-Tool und hier kann man jetzt das Phone rausziehen. Es ist im Auslieferungszustand auseinandergeklappt, aber das werden wir uns jetzt gleich natürlich noch ein bisschen genauer anschauen, aber jetzt geht es weiter mit dem Unboxing. Hier noch ein Trennblatt für das weitere Zubehör. Wir haben hier nämlich das Netzteil USB-C, das ist ein 25 Watt Netzteil zum schnellen Aufladen. Hier befindet sich dann auch das Ladekabel USB-C zu USB-C. Und hier kann man es auch schon erkennen mit dem AKG-Schriftzug. Hier haben wir natürlich auch noch die In-Ear-Kopfhörer, die hier mitgeliefert werden. Die haben dann natürlich auch einen USB-C-Anschluss, denn das Z Fold 2 hat jetzt keinen 3,5 mm Klinkenport. Ja, und das war's. Das ist der Inhalt der Box und wir schauen uns jetzt einmal das Galaxy Z Fold 2 5G ein bisschen genauer an. Der Vorgänger, das Galaxy Fold, das fand ich optisch jetzt nicht so berauschend. Wir hatten ja hier so ein richtig kleines Display und auch eine Notch, wenn wir es aufgeklappt haben. Das fand ich optisch nicht wirklich schön. Das Galaxy Z Fold 2, das ist deutlich besser, muss ich sagen. Wir haben jetzt hier in der Front ein schön großes Display. Das fühlt nämlich die komplette Front aus. Das ist ein 6,2 Zoll, ja, Samsung nennt es Cover Screen. Das ist ein super AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 2260 x 816 Pixeln. Ihr seht also, das ganze Phone ist ja immer noch recht schmal gehalten und länglich. Dadurch hält es sich aber meiner Meinung nach wirklich sehr gut in der Hand, denn es ist ja doch relativ dick, denn es sind ja zwei Smartphone-Hälften, die zusammengeklappt werden. Und obwohl es recht dick ist, fühlt es sich überhaupt nicht so an wie so ein fetter Knochen, denn es ist doch recht schmal. Man hält es eigentlich ganz gut und kann hier auch wunderbar mit arbeiten mit dem etwas schmaleren Display. Die 10 Megapixel Frontkamera ist jetzt hier oben im Display in einer Punchhole eingelassen. Und wenn wir das Smartphone aufklappen, dann haben wir hier ein 7,6 Zoll Dynamic AMOLED. Und das hat eine Auflösung von 2208 x 1768 Pixel. Und wie man hier schon sehen kann, hat es keine störenden Notch, sondern die Frontkamera, ebenfalls eine 10 Megapixel-Kamera, auch in einer Punchhole eingebracht. Und wie auch beim Vorgänger sieht man jetzt hier in der Mitte natürlich die Falz, wo das Smartphone gefaltet wird. Das lässt sich natürlich auch überhaupt nicht vermeiden. Das Phone wird ja auch recht stark gefaltet, aber meiner Meinung nach stört es eigentlich überhaupt nicht. Und man sieht es meistens auch nur wirklich, wenn man es so gegen das Licht hält. Und bei dunklen Hintergründen, bei hellen Hintergründen sieht man es eigentlich kaum noch. Eine weitere Neuerung am Display ist natürlich, dass es jetzt auch bis zu 120 Hz Bildwiederholrate bietet. Also für wirklich sehr flüssige Bewegungen, was immer sehr cool aussieht. Ich hatte es ja schon erwähnt, wir haben zwei Kameras. Auf der Rückseite haben wir dann aber natürlich auch noch eine Hauptkamera. Diese bietet jeweils 12 Megapixel, einmal Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Zoom. Als Prozessor kommt hier der Qualcomm Snapdragon 865 Plus zum Einsatz und es gibt für das System 12 GB Arbeitsspeicher und für den Benutzer 256 GB schnellen UFS 3.1 Speicher. Der Akku hat eine Kapazität von 4500 mAh und kann mittels dem Netzteil mit 25 Watt schnell aufgeladen werden, aber natürlich auch noch kabellos. Also ich persönlich finde den Faltmechanismus richtig cool, auch wenn das Phone natürlich zugeklappt, doch recht dick ist, ist es irgendwie trotzdem so, dass ich ein richtiges Haben-Wollen-Gefühl habe. Wäre dann nicht der etwas teure Preis, 1950 Euro, das ist natürlich eine Ansage, aber für Early Adapter und ja, alle, die das nötige Kleingeld haben, natürlich auch kein Problem. Und welche Vorteile dieses faltbare Display bringt, das könnt ihr euch in meinem ausführlicheren Hands-On natürlich anschauen. Das werde ich euch jetzt hier irgendwo verlinken und natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und das war mein Video mit dem neuen Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Falls ihr irgendwelche Fragen zu diesem Smartphone habt, das ist nämlich schon ein ganz besonderes Smartphone, dann stellt sie doch einfach unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und meinen Kanal abonniert und die Glocke anklickt, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao! 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 Vielen Dank.